So jetzt mal mit Streichholzern hier, ist das eine Scheißidee mit den Streichholzen gewesen. Wie ich gerade so schön bemerke. Gut an ist das Streichholz schonmal. Na gut, sehen tut man es nicht mehr. Na gut, ich hätte das mit mehr Knall gerechnet. Ja, na gut. Na gut, die Wandung war zu dünn. Ansonsten gut explodiert. Schade, hätte besser sein können.